Hallo und herzlich willkommen zur Kuchos Autorapotheke. Das Eisenkraut Das Eisenkraut wird vor allem bei Durchfall, Magenbeschwerden und Entzündungen sowie bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt. Als Tee in getrockneter Form Für die perfekte Teezubereitung benötigt man einen Teelöffel kleingeschnittenen Kraut. Dieses gibt man in eine Tasse siedend heißes Wasser. Diese Mischung lässt man 5 bis 10 Minuten ziehen. Vergesst das Liken, Kommentieren und Abonnieren nicht.